Okay, Moment für Räuber! Gut, Waldo! Danke, Waldo! Vielen Dank, Waldo! Jetzt komm wieder rein, Waldo! Komm, komm, komm fertig! Oh, komm mal! Noch, noch! Nein! Für mehr! Ja, ja, gut, Waldo! Danke, dass du mich gerettet hast! Jetzt kann ich schlafen gehen! Nacht, Waldo! Äh... Ähm... Waldo? Ah! Ja! Okay, dann, ähm... Mach ich mich mal auf Besuch nach Äpfel! Äpfel... 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 Ich so lange das ist mal wieder mit einem Äpfel... Das war... Die ist auf dem Lappen! Ach du! Ach du! Komm schon! Komm schon, ihr Liebensländer! Geht mir ein Apfel! Kein Sprözzling! Apfel! 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 Ich hätte jetzt viel gern Apfel! Oder zwei! Komm schon, ein Apfel! Nur einen Apfel! Ich würdest sogar verrottetes Fleisch nehmen! Ah-ah-ah-ah! Nein dich nicht, Grupper! Gehen wir nach Dorns. Verdenken wir auch eine Höhle. Ein kleines Wasserlöchschlein. So ein Sonnenverblick. Und jetzt. Jetzt eine Höhle drunter. Apfel! Okay, entschuldigt doch, ich brauche noch einen Aufzug. Entschuldigt, aber ihr seht ja meine Lage, also... Äpfel, äpfel. Waldo? Äh, soll ich Waldo? Nein, dort bist du Waldo. Da bist du nicht, Waldo. Los, wird Waldo. Yeah, Waldo! Waldo, wisst ihr, was ich davon gesehen habe? Eine Kuh! Ich bin ganz leder Kuh. Los, mein Waldo, am eh. Danke. Gut, gut, gut. Jetzt habe ich auch wieder genug Leben, um... Was... Großen... Ja, ich habe genug Leben, sag ich so. Oh, jetzt bin ich von hier. Oh, jetzt bin ich von hier. Hier, Waldo. Und rein. Komm du auch rein, Waldo. Sitz. Ah, gut hab ich zuhör, gut hab ich zuhör, gut hab ich zuhör. Sitz. Okay, dann nehmen wir Stock. Und Stein. Okay. Das Kies. Crafting Box. Das war jetzt hier eine ordentliche Stein. Dann legen wir zurück seine Knochen. Which only. Das bleibt noch nicht dort. Du noch dort. Und nehmen wir auch hier. Und das hier auch dort. Und... Und das noch nicht hier. Und das noch hier. Lantos. Okay, fangen wir hier ab. Dann tun wir noch den Kiesel rein. Okay, fangen wir hier ab. Na, jetzt später. Auf, weiter, weiter. Ich fühl, ich hab jetzt schon nicht mehr genug Kiezen. Eingetan. Weg, Wegilein schon. Startgelegt. Und... Hup. Hier. Oder an die Brücke baue. Da ich ohnehin jetzt auch gleich an die Brücke bauen werde, kommt mir das ganz gelegt. Hier durch. Und dort wird eine Brücke entstehen, oder das Brückenähnliche zumindest. Und das... Okay! Dann! Hm. Oh! Oh nein! Das ist hier schon wieder das Neugrutsch mit der Frimwurz. Dann steigen da. Und um ja, geh ich wieder weiter zur Mine! Minimine! Dort... Mine, 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 Mine... Ja, ich habe ein Stück Kohle gefunden, das kann ich wieder hoch. Jetzt habe ich nämlich meinen eigenen Zweck hier unten erreicht, eine Stück Kohle. Denn jetzt brauche ich mir einen Wackel. Nur einer. Nur vier. Und kann ordentlich anfangen zu nehmen. Ja, du machst mich wütend ein Stückchen Kohle, das ich gerade übersehen habe, weil ich dämlich bin. Nein. Ah, 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 ah. Ich fress dein Fleisch, Zombie, wie gefällt dir das? Oh, das hast du mir wieder vergiftet, scheinbar gefällt es dir gut. Okay, dann machen wir uns noch mal Wackel, legen das nach oben und rüsten das Eisenwerkzeug aus. Bis zur nächsten Folge fahre ich dann hier. Bis zum nächsten Mal.